Waifu Diffusion 1.4 ist ready to download. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204. Und ja, Waifu Diffusion 1.4 ist bereit. Wir können es ausprobieren und das werdet ihr sicherlich auch tun wollen. Also starten wir einfach mal direkt durch. Ich habe hier ein paar Beispielbilder mitgebracht. Einmal drei Waifus und einmal drei Haspendos. Natürlich heißt das Ganze Waifu Diffusion, aber man kann auch Männer generieren. Das sollte klar sein. Was ihr zuallererst machen müsst, ist die Stable Diffusion Web UI installieren. Dazu habe ich schon ein Tutorial gemacht. Rechts oben in der Infobox oder in der Videobeschreibung findet ihr den passenden Link dazu, wenn ihr das noch nicht installiert habt. Ich habe hier eine völlig neue, cleane Installation gemacht und wir werden das Ganze jetzt gemeinsam ready machen für Waifu Diffusion 1.4. Ich habe mit Stable Diffusion 1.4 ein Testbild generiert, einfach nur um zu testen, ob alles auch funktioniert. Und wir starten jetzt mit Waifu Diffusion einfach direkt durch. Dazu gehen wir auf Hugging Face auf die Seite von Waifu Diffusion 1.4. Die ist in der Videobeschreibung natürlich verlinkt und dort müssen wir die Dateien herunterladen. Bei Files and Versions findet ihr Waifu Diffusion 1-4-Anime E1 Checkpoint und dasselbe nochmal mit einer anderen Endung. Die beiden Dateien benötigt ihr. Klickt ihr einfach auf den Pfeil, dann müsst ihr das Ganze automatisch herunterladen. Ich habe die Dateien bereits heruntergeladen und werde sie jetzt einfach in den entsprechenden Ordner reinkopieren, in den ihr das auch reinkopieren müsst. Ich schneide das Ganze einfach mal aus mit STRG X und dann gehen wir rein in unseren Stable Diffusion Web UI Ordner. Dort bei Models, dann bei Stable Diffusion und hier einfach mit STRG V einfügen. Fertig. Viel mehr ist es gar nicht. Dann geht ihr zurück ins Hauptverzeichnis von Stable Diffusion. Macht natürlich euer Stable Diffusion vorher zu. Wenn ihr es denn offen habt und dann startet ihr das Ganze ganz normal über die Windows-Batch-Datei. Falls ihr es nicht neu installiert habt, eure Stable Diffusion Web UI, könnt ihr das Ganze natürlich auch updaten vorher, indem ihr einfach oben CMD eingebt in die Adressleiste und dann einfach git pull. Und dann müsst ihr das Ganze updaten, so wie es bei mir gerade geschehen ist und dann könnt ihr das schließen und ihr könnt es starten. Falls bei euch irgendwelche Fehlermeldungen kommen sollten, die bei mir nicht kommen, wäre es natürlich vielleicht auch möglich, dass ihr erstmal eine cleane Neuinstallation benötigt, weil das Update irgendwie nicht geholfen hat, aber ich denke mal, das Update wird reichen. Gut, ich starte und das dauert jetzt einen kleinen Moment. So, ich bin wieder in meiner Web UI und kann hier oben nun VIFU Diffusion 1.4 auswählen. Da klicke ich dann drauf und dann lädt er die Checkpoint-Datei, wird aber auch einige Dateien aus dem Internet laden, weil das Ganze auf Stable Diffusion 2.1 basiert. Und da müssen noch ein paar zusätzliche Daten heruntergeladen werden. Das dauert ein bisschen. Wenn alles heruntergeladen ist und das Model geladen wurde, dann können wir direkt anfangen. Ich mache einfach mal eine Testgeneration und gebe einfach mal nur Test ein und drücke auf Generate. Der Test war mehr oder weniger erfolgreich. Das Bild ist nicht wirklich identifizierbar, aber darum geht es ja auch nicht. Es sollte einfach nur getestet werden, ob überhaupt ein Bild geladen werden kann. Falls das bei euch nämlich nicht möglich ist und jetzt ein schwarzes Bild angezeigt wird, dann ist das ein Problem, was ihr mit Stable Diffusion 2.1 bzw. 2.0 habt. Weil da kann es passieren, dass Black Images schwarze Bilder dabei herauskommen. Falls das der Fall ist, müsst ihr Full Precision aktivieren oder XFormas aktivieren, indem ihr die Argumente hinten anfügt bei eurer Datei. Das zeige ich euch kurz. Das ist gar nicht so schwierig. Ich werde das jetzt einfach mal mit XFormas zeigen. Wir schließen wieder unser Stable Diffusion und gehen in den Stable Diffusion Hauptordner zu unserer Web UI User Windows Batch Datei. Da einfach auf, ups, nicht Eigenschaften, sondern auf Bearbeiten. Und dann werden wir da hier bei Command Line, args, werden wir reinschreiben, minus minus XFormas, alles klein. Dann speichern wir das einfach. Datei speichern und wir schließen das. Im Anschluss starten wir das einfach ganz normal neu. Dafür installiert jetzt XFormas. Das kann ein bisschen dauern. XFormas kann ich euch eigentlich so oder so empfehlen. Das Ganze sorgt dafür, dass ihr weniger Grafikspeicher verbraucht und ihr die Bilder etwas schneller generieren könnt. Also das ist im Grunde Optimierung. Wunderbar. XForma ist installiert und wir können das Ganze einfach mal ausprobieren, ob es mit XForma jetzt genauso gut funktioniert wie vorher bei mir. Ich drücke einfach wieder auf Generate. Es funktioniert. Wunderbar. Und ich bekomme wieder ein Bild. Nicht wirklich erkennbar, aber darum geht es ja hier gerade nicht. So. Also wenn ihr Probleme habt mit schwarzen Images, dann probiert einfach mal XFormas oder probiert No Half. Kommen wir zu Wifu Diffusion 1.4. Aber jetzt wirklich. Dabei gibt es wieder ein bisschen was zu beachten beim Prompten. Aber das ist gar nicht so schwer. Wirklich nicht. Ihr werdet, wenn ihr Wifu Diffusion vorher schon benutzt habt, sofort zurechtkommen. Und wenn ihr Wifu Diffusion noch nicht kennt, dann ist das auch kein großes Problem. Ich verlinke die GitHub-Seite dazu. Und da sind auch ein paar Beispielbilder mit passenden Prompts dazu. Dadurch ist es eigentlich relativ leicht, verlinke ich. Und dann müsstet ihr eigentlich gut damit klarkommen, denke ich mal. Es gibt ein paar Hinweise. Zum Beispiel soll man diese Prompts als Negativ-Prompts reinnehmen. Das empfehle ich euch auch. Kopiert die einfach zu eurem Stable Diffusion, einfach in die Negativ-Prompts hinein. Und in die Positiv-Prompts soll man diese hineinnehmen. Das empfehle ich euch eigentlich ebenso. Nehmt das so hinein. Und dann könnt ihr euch das, damit ihr es nicht jedes Mal rüberkopieren müsst, auch abspeichern, indem ihr hier einfach auf diese Diskette, Save Style, klickt. Und dann nennt ihr das Ganze einfach WD1.4. Und drückt auf OK. Und dann habt ihr das Ganze hier gespeichert. Und könnt das jederzeit auch wieder einfügen. Ihr wählt einfach hier bei Style 1 WD1.4. Drückt auf Einfügen. Und dann habt ihr es wieder drinne. Und könnt einfach direkt wieder losarbeiten. Dann könnt ihr hier, Komma, One Girl, ähm, was schreibe ich, was schreibe ich? Red Hair, Cat Ears, Twin Tails. Und dann schauen wir einfach mal, was bei rauskommt, würde ich sagen. Ich hoffe mal, dass da jetzt ein vernünftiges Ergebnis bei rauskommt. Ja, es kam doch ein vernünftiges Ergebnis bei raus. Perfekt. Wunderbar. Ich bin sehr zufrieden. Ihr könnt auch höhere Auflösungen wählen. Das funktioniert auch sehr gut. Und ihr könnt auch natürlich höheren CFG-Scale benutzen. Ich habe mit 10 die besten Ergebnisse eigentlich gehabt bei Wifu Diffusion 1.4. Kann allerdings auch Zufall gewesen sein. Ich würde mich da jetzt nicht drauf verlassen auf meine Angaben. Wunderbar. Wieder ein relativ vernünftiges Ergebnis. Es gibt leider ein kleines Problem bei Wifu Diffusion 1.4. Es ist erst Epoche 1. Es ist noch nicht das finale Wifu Diffusion 1.4. Das erkennt man zum Beispiel sehr gut an den Augen. Die sind sehr komisch. Und das nicht nur bei mir. Das auch bei den offiziellen Bildern. Hier sieht man auch sehr deutlich. Ich hoffe, ihr könnt das auch gut sehen. Dass die Augen etwas komisch aussehen. Und hier oben bei dem Bild ist das eben so. Da sehen die Augen auch etwas komisch aus. Ich hoffe, das sieht man trotz YouTube-Kompression. Kann man das sehr gut sehen, denke ich mal. Und wenn nicht, ich verlinke euch ja alles. Dann könnt ihr euch das selber mal angucken. Gut. Und dann bekommt ihr natürlich, hey, weil ich es bin, noch einen kleinen Tipp von mir, wie man etwas besser prompten kann. Dazu gibt es zwei Extensions. Wir gehen zu Extensions. Dann bei Available. Und drücken auf Load From. Und dann lädt er eine Liste. Wir benutzen für Wifu Diffusion wieder den Boru Tech Auto Completion. Da drücken wir einmal auf Install. Und dann installiert das. Und dann haben wir, und das ist noch wichtiger, den WD 1.4 Tagger. Den Wifu Diffusion 1.4 Tagger. Und da klicken wir auch einmal auf Install. Gut. Dann haben wir das auch. Und haben das auch installiert. Das Problem an der Sache ist, ich kriege die beiden Extensions jetzt so nicht aktiviert. Ich muss jetzt leider Stable Diffusion komplett neu starten. Wenn wir Stable Diffusion neu gestartet haben, dann sehen wir sofort, dass wir einen neuen Tab haben zum Tagging. Und wir haben hier die Auto Completion auch. Und bekommen automatisch Vorschläge. Zum Beispiel, wenn ich 1 eingebe, bekomme ich automatisch 1 Girl oder 1 Boy als Vorschläge und so weiter und so fort. Wenn ich Angel eingebe, bekomme ich Angel Wings und so weiter. Also ich bekomme Vorschläge für Tags. Das ist sehr praktisch. Und beim Tagger, dem neuen Tab, und das ist noch viel besser, ihr werdet gleich sehen, könnt ihr euch Bilder taggen lassen. Wenn ich jetzt beispielsweise dieses wunderschöne Bild, welches ich generiert habe, jetzt taggen lassen möchte. Ich habe das irgendwo selber gemalt mal oder vielleicht irgendwo im Internet gefunden oder so und würde jetzt gerne wissen, wie würde Stable, falsch, nicht Stable, wie würde Wipude Fusion 1.4 das Ganze jetzt taggen. Dann schmeiße ich das einfach hier einmal rein. Und dann steht hier über Loading, Loading, Loading. und das passiert auch. Er lädt auch wieder was runter. Ja, er lädt wieder was runter. Es tut mir leid, es wird sehr viel runtergeladen. Wenn alles heruntergeladen und ausgeführt ist, bekommt ihr hier oben Tags angezeigt. One Girl, Breasts, Solo Dress, Black Hair, Smile Tree, Cleavage, Looking at Fever, Forest, Yellow Eyes, Bare Shoulders, mein Englisch ist nicht gut, okay, und so weiter und so fort. Und ja, ich würde behaupten, das haut alles hin. Strapless, Dress, ja, haut alles hin, Short Hair, sind jetzt nicht ganz die Tags, die ich eingegeben habe, um dieses Bild zu bekommen, aber sollte eigentlich funktionieren, um ein ähnliches Bild zu kriegen. Also drücken wir einfach auf Send to Text to Image. und dann wollen wir noch unsere typischen Waifu Diffusion 1.4 Tags hier haben und drücken auf Generate. Mal gucken, was wir kriegen. Ja, es ist nicht ganz dasselbe, aber sieht eigentlich ganz gut aus, würde ich sagen. Und das war im Großen und Ganzen eigentlich alles, was es über Waifu Diffusion 1.4 zu erzählen gibt. Es wird sicherlich noch weitere Epochen geben, das war jetzt Epoche 1. Bei Waifu Diffusion 1.3 waren es 10 Epochen, die 10. Epoche war dann die finale Epoche, aber ihr werdet sehen, die Qualität wird immer und immer besser von Epoche zu Epoche. Also macht euch da jetzt nicht zu viel Gedanken, dass jetzt vielleicht einiges nicht so perfekt funktioniert und vielleicht in manchen Punkten sogar Waifu Diffusion 1.3 besser ist. Das wird sich auf jeden Fall in Zukunft ändern. Und an dieser Stelle möchte ich noch Nafraju und Mr. Drachenteufel danken. Vielen Dank für eure Tier 2-Mitgliedschaft. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Jeder Art von Support bedeutet mir natürlich viel, nicht nur Tier 2-Members. Auch abonnieren, liken, kommentieren nicht vergessen. Also, tschüss! Bis zum nächsten Mal!